so sechstes spiel was soll man das sagen dreimal gewonnen zweimal verloren und jetzt haben wir noch ein leben kann natürlich sein dass wir jetzt noch zehn mal gewinnen aber realistisch betrachtet jetzt drauf gehen dann ist es vorbei zu teuer zu teuer bringt mir noch nix ja finde ich eigentlich eine sehr 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 geile starthand also wenn ich rein von der starthand gehen würde würde ich sagen wir haben gewonnen weil der ok ich wäre nicht der einzige den zombie hat so am nächsten zu können wir dann nämlich koin ihmchen machen schon ganz gut es gibt schlimmeres meine arbeit ist von höchster dränglichkeit meine arbeit ist von höchster dränglichkeit ja what's the go in oh nee alter sind noch ein meucheln da jungen ja komm hier komm mit deinem nax ramas digna dreierbande ja genau das fair was tut es bitte ich grüße dich ne ein schurke ach ich bin so konzentriert das ist äh nicht nett ja fehler wurden begangen es tut mir leid für dich ja du hättest erst mit der waffe das gottesschild weg machen sollen und dann ne aber too late apologize too late too late ne so ist das leider was mache ich gehe ich mit einem fels spiele ich den drachen ich frage mich nicht einfach ich gehe auf jeden fall mit dem da drauf mit dem zack drache zack schwuppdiwupp auf die hand zack schwuppdiwuppe und ich fand's okay vielleicht nicht der beste move muss ich gestehen ich habe gedacht ich hätte ein man am meer dann hätte ich den nämlich nochmal ausspielen können deswegen habe ich mir zurück auf verhandelt aber trotzdem okay schatten schritt das ist nicht gut ja ok ok ja ja ist ja gut gut gespielt gut gespielt was soll man sagen das board control nicht mit mir herausforderung angenommen ich hoffe ja dass ich das spiel gewinnen ja klar oder sei der jetzt überrascht darüber ja komm schon ja oh man oh man Schau dir auf, die Glatze. Hör mal, da wird ja immer doller hier. Was soll das denn? Ich will das nicht. Hallo. Ich möchte das nicht. Franzifize, Franz. Kann ich jetzt bitte mal was Gutes ziehen? Eine Weihe oder so? Und zwar, bevor wieder GG ist für mich. Oh man, das darf nicht wahr sein. Hallo, wo bleibt meine Weihe? Gleichheit und Weihe bitte. Oh man, das kann doch nicht wahr sein. Das ganze Spiel überdominiert. Was ist denn passiert, Junge? Ich verstehe das schon wieder nicht. Seid mir nicht böse. Ich verstehe es nicht. So, 10, 8. Mach den erstmal weg. Jetzt kommt's. Kopfnuss. Johohoho. Alter. Was ein Typ, Junge. Ein Leben hat er noch. Hey, bitte nicht. Ey. Ein Damage fehlt ihm, dann bin ich kaputt. Und er klirrt, Alter. Das gibt's nicht, Mann. Ein Leben. Wenn ich einen Hammer ziehe, wenn ich eine Weihe ziehe. Weißt du? Der ist einfach mal sowas von kaputt. Eule. Ah, Mann, ey. 6, 7 Schaden hat er. Er wird bestimmt wieder clear. Oh Gott. Ja, genau. Ey. Maxima 15 Leben, weißt du? Wir haben genau 14. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Das ist so unfair. Entschuldigung. Das ist so unfair. Das ist so unfair. 100 Züge ist er auf ein Leben gewesen. Nee. Das ist unfair. Ja. Da ist der Arena-Schlüssel. So, wenn ich jetzt nicht mindestens eine Legendary als Belohnung dafür kriege, dann weiß ich's auch nicht. Komm. Gib mir eine Legendary im Pack. Ja, sind immerhin 50 G und ein Package. Package machen wir direkt auf. Wie immer am Ende der Arena. Hätte ja ruhig mal was Schönes drin sein können. Schade. Schade. Ja, zermatschen wir noch eben die Doppelten. Und damit haben wir 190 Sterb. Ich geh mal kurz auf Seite, damit ihr das seht. So, 190 Sterb. Noch nix gekurvt mit dem Account. Nein, noch nix gekraftet. Noch gar nix. Okay. Ja. Schade, schade. Letzter Arena war nicht so cool. Drei Siege. Wie sonst auch. Aber das war ja auch mein Minimum-Ziel. Also bin ich zufrieden. Hätte besser sein können. Aber ist schon okay. Eure Meinung in die Kommentare zu diesem Spiel, in diesem Video. Ultra-Luck. Oder was war los? Warum geh ich näher? Okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es geht jetzt regulär weiter mit Spielen gewertetem Modus in der Playlist. Und zwar mit Folge Nummer 90. Ich glaube, ja. Folge Nummer 90. Okay. Bis denn.